Hier präsentieren wir die 5 besten Lauflehnwagen Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Hoher Lauflehnwagen aus Holz 6000. Dieser Lauflehnwagen für Babys und Kleinkinder von Hoher bietet viel Abwechslung. Während zum einen die ersten Schritte damit gemacht werden können, kann euer Kind zum anderen sich hervorragend damit unterhalten. Motorikschleifen, Drehwürfel, Zehlreimen, Spiegel und Zahnräder sind nur einige der Spielangebote, die dieses Lauflehngerät bietet. Ein multifunktioneller Holzlauflehnwagen, der auf leisen, gummibereiften Rädern durch die Wohnung geschoben werden kann. Nummer 4. Small Foot Desichen 10455. Dieses Lauflehngerät von Small Foot Desichen bietet ebenfalls eine tolle Möglichkeit, die ersten Schrittchen mit Hilfe zu machen. Und wenn euer Kind mal nicht laufen möchte, kann es sich an den verschiedenen Spielangeboten, die an dem Lauflehnwagen angebracht sind, hervorragend unterhalten. Die Lauflehnhilfe ist komplett aus Holz gefertigt, bietet viel Abwechslung. Ein tolles Spielzeug, das die motorische Entwicklung eures Kindes fördert. Mit diesem Lauflehnwagen kann sich euer Kind nicht nur im Kleinkindalter unterhalten, sondern auch noch länger, denn das Spieleangebot ist wirklich sehr groß. Allerdings zeigt sich das auch im Preis der Laufhilfe, aber wir finden, das Geld ist es wert. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Wimphoon 3-in-1 Lauffahrzeug Rutscher Laufwagen zu. Ein tolles Lauffahrzeug für euren Nachwuchs ist dieser Laufwagen von Wimphoon. Als 3-in-1 ist er nicht nur Laufhilfe für die ersten Schritte, sondern bietet jede Menge Spielspaß. Die Altersempfehlung dieses Lernlaufwagens ist für Kinder zwischen dem 12. und 36. Monat. Dabei die des Anfangs als Lauflehnwagen und später dann als Rutscheauto. Dabei bietet dieses Spielzeug auch allerlei für die gute Unterhaltung für euer Kind. Verschiedene Melodien, Soundeffekte und Tiergeräusche sind nur einige der Möglichkeiten, mit denen sich euer Kind unterhalten kann. Der Zug besteht aus zwei Teilen der Lok und einem Anhänger. Letztere kann als Sitzgelegenheit genutzt werden. Diese Lauflehnhilfe ist unser Preis-Leistungssieger. Nummer 2 Tech Baby 80077074 Spiel- und Laufwagen Special Edition Preislich ist der Tech-Lauflehnhilfe für Babys und Kleinkinder unschlagbar. Er ist das günstigste Modell unter den 8 verglichenen Laufhilfen für Kinder. Diese Lauflehnhilfe kann euren Nachwuchs bei den ersten Steh- und Gehversuchen unterstützen. Zudem bietet der Tech-Laufwagen großen Spiele Spaß für die Kleinen, umrahmt von Kindermelodien. Dieser Lauflehnhilfe von Tech fördert somit nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern fördert die Sprachentwicklung und die sensorische Wahrnehmung. Und die Nummer 1 unserer Liste. Small Foot Desichen 10.065 Raupe Nimmersatt Lauflehnwagen Dieser Lauflehnwagen ist aus Holz und besticht durch das schlichte Desichen. Lediglich die Seite ist durch die Raupe Nimmersatt etwas bunt, ansonsten ist das Holz naturbelassen. Eine kleine Ladefläche bietet eurem Nachwuchs die Möglichkeit, die Lieblingspuppe oder das Lieblingsgeschirr dir mit zu transportieren. Zum Lieferumfang des Babylaufwagens gehören kleine bunte Holzbausteine, mit denen zwischendurch Türme und andere Bauwerke erschaffen werden können. Wer einen einfachen und schlichten Lauflehnwagen für sein Kind möchte, ist mit diesem gut bedient. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.